Darf ich vorstellen? Weltraum-WG in exklusiver Bestlage. Die internationale Raumstation ISS. Sehr geräumig. Kein Verkehrslärm, Heizung, Strom und Internet inklusive. Keine nervenden Nachbarn. Beste Bedingungen für Weltraumforscher. Nur leider ist die Verkehrsanbindung ein bisschen schlecht. Der einzige Shuttle-Service zwischen Erde und der Station fliegt nur alle sechs Monate. Wer da hochfliegt, der muss es also mindestens ein halbes Jahr im Weltraum aushalten. Und das schaffen nur die Besten. Willkommen zu Purplus, wie immer Plus Erik. Sein Traum war es schon immer, einer dieser Besten zu sein. In den Weltraum zu fliegen. Zur ISS. Alexander Gerst. Hier in Köln bei der European Space Agency ESA wurde er darauf vorbereitet und ihr seht heute wie. Außerdem werde ich eine Übungseinheit mitmachen und versuchen eine Sojus-Raumkapsel zu fliegen. Die Ausbildung zum Astronauten dauert insgesamt sechs Jahre. Denn die Anforderungen an einen Flug ins All, die sind enorm. Im All gibt es keine Atemluft, keine Schwerkraft, kein Essen, kein Wasser. Dafür kosmische Strahlung und Kälte. Eine tödliche Umgebung für Menschen. Überleben kann man nur in der Station. Die Astronauten müssen auf alles vorbereitet sein. Sie sind Piloten, Wissenschaftler und Hausmeister in einem. Es gibt auch Einsätze außerhalb der Station, dann aber geschützt durch einen Hightech-Raumanzug. 400 Kilometer über der Erde. Der gefährlichste Moment einer Mission ins All ist aber der Start. Im Oktober 2014 explodierte ein zum Glück unbemannter Raumfrachter mit Essen und Ausrüstung. Verletzt wurde niemand. Im Weltraum können sich also technische Probleme oder ganz kleine Missgeschicke katastrophal auswirken. Und das macht das Reisen ins All so gefährlich. Deswegen gibt es hier bei der ESA Nachbauten, zum Beispiel vom Forschungsmodul Columbus. Und hier können sich die Astronauten alles ganz in Ruhe angucken und auch im Kopf schon mal durchspielen. Das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Ausbildung zum Astronauten. Und die hat für Alexander Gerst schon im Jahr 2009 begonnen. Die NASA im amerikanischen Houston und in der Nähe von Moskau das Sternenstädtchen der Raumfahrtbehörde Roskosmos. An diesen beiden Orten findet der Großteil von Alexander Gersts Ausbildung statt. Er wird zum Superastronaut. Ja, ein Superman muss man bestimmt nicht sein, weil wir sind ganz normale Menschen. Es ist einfach wichtig, dass man viel trainiert, damit man eben solche Sachen wie sieben Stunden im Raumanzug zu arbeiten durchhält. Das ist natürlich schon anstrengend. Was tun, wenn Feuer ausbricht? Welche Türen sind feuerfest? Wie öffnet und schließt man sie? Die Astronauten müssen die ISS in- und auswendig kennen. Und zwar nicht nur von innen, sondern auch von außen. Dafür hat die NASA in Houston das größte Schwimmbecken der Welt. Darin ein exakter Nachbau der Raumstation ISS. Hier übt Alexander Gerst Außeneinsätze, die sogenannten Weltraum-Spaziergänge, in Raumanzug. Die sind nötig, um neue Forschungsmodule an die Station anzubringen oder um etwas zu reparieren. Solche Einsätze im freien All sind gefährlich und werden hier im Becken genau durchgespielt, da unter Wasser die Bedingungen ähnlich dem Weltraum sind. Die Astronauten verbringen sechs Stunden im Becken. So lange dauert auch ein echter Weltraum-Spaziergang. Unter Wasser gleiten sie schwerelos umher, wie im All. Geübt werden Handgriffe, Rettungsaktionen und der Einsatz der Geräte. Es war jetzt wahrscheinlich um die sechs Stunden da unten, ein bisschen länger. Man merkt es aber nicht. Die Zeit ist wie so ein eigenes Zeitraumgefühl, in dem man sich da befindet. Das heißt, ich komme raus und für mich ist das Gefühl immer noch neun Uhr morgen, obwohl es jetzt wahrscheinlich schon spät am Nachmittag ist. Selbst wenn wir völlig abgeschnitten werden von der Kommunikation, könnten wir uns gegenseitig retten natürlich auch. Das ist auch ein wichtiger Teil des Trainings, dass man zum Beispiel davon ausgeht, dass der Kamerad bewusstlos geworden ist und wie bringt man ihn denn am schnellsten dann wieder in die Luftschleuse. Das trainieren wir ab und zu. Und es ist sehr wichtig, dass man das kann und dass man natürlich auch zu jedem Zeitpunkt daran denkt, dass sowas aufwenden kann. So wie im Juli 2013. Luca Parmitano und Christopher Cassidy arbeiten draußen an der ISS. Dann bemerkt Parmitano Wasser in seinem Helm. Es bedeckt Augen, Ohren und die Nase. Parmitano droht zu ertrinken. Blind tastet er sich zurück. Alle reagieren besonnen und schnell. Das rettet Luca das Leben. Grund war eine verstopfte Wasserpumpe. Wissenschaftler und Techniker der NASA mussten monatelang suchen, bis sie die Ursache finden und beheben konnten. Trainiert werden die Weltraumspaziergänge auch in einem Virtual Reality Lab. Jede Bewegung überträgt sich auf den Computer und wird sofort in ein dreidimensionales Videobild umgesetzt. An der Raumstation ISS hängt immer eine Sojus-Kapsel. Das Weltraumtaxi. Nur mit ihr können Astronauten zwischen ISS und Erde hin und her fliegen und im Notfall flüchten. Und genau deswegen steht hier in Köln im Ausbildungszentrum für Astronauten eine Sojus-Kapsel zum Trainieren und ich werde dieses Teil jetzt mal so ein bisschen fliegen. Zusammen mit Stefan. Hey Stefan. Bevor ich jetzt reingehe, musst du mir erst mal erklären, um was es geht. Was muss ich machen und was ist meine Aufgabe? Du musst diese Kapsel von 75 Metern Entfernung bis zum Andocken an die ISS heranfliegen. Schau mal, das hier ist sehr wichtig. Diese Zahl zeigt deine Entfernung zur Station. Im Moment 75 Meter. Aha, also das ist die Entfernung. Ja, die andere Zahl zeigt deine Geschwindigkeit. In Zentimeter pro Sekunde. Und hier siehst du dein Ziel. Das weiße Kreuz? Ja, das ist weit weg. 77 Meter sind es noch. Drück mal den kleinen Knopf, damit beschleunigst du. Wie schnell soll ich denn werden? 15, gut, so perfekt. Jetzt kommen wir der ISS schon näher. Genau. Jetzt siehst du, dass die Station etwas zu weit unten ist. Also drückst du den Hebel runter. Siehst du das kleine Ziel? Ich suche nach dem weißen Kreuz, aber ich finde es nicht. Das hier? Das kleine Kreuz? Wo sollte es sein? Ja, in der Mitte. Das ist jetzt wie ein Computerspiel. Achte auf deine Geschwindigkeit, du bist zu schnell. Ah, perfekt. Du hast an die ISS angedockt. Und zwar exakt am richtigen Platz. You are perfectly aligned with the station board. Okay. Okay, das war natürlich jetzt relativ einfach, weil er stand neben mir und hat mir immer genau gesagt, was ich machen sollte. Jetzt geht er raus und ich mache es allein. Das ist für mich das Zeichen, hier einzustellen, dass wir starten können. Hier ist mein Kreuz, jetzt muss ich es in die Mitte kriegen. Wieder 70 Meter Abstand. Und ich muss auf meine Geschwindigkeit achten. Die Entfernung ist 48 Meter. Ich komme immer näher. Ah, jetzt bin ich zu schnell. Ich bin viel zu schnell. Runter auf... Bremsen. 10 wieder. Jetzt haben wir noch 13 Meter und ich habe das Kreuz nicht in der Mitte. Weiter bremsen, Erik. Perfekt. So, ich komme immer näher. Jetzt ist es schwierig, das Kreuz in der Mitte zu halten. Ein bisschen hoch. Und... Du hast Kontakt. Ich glaube, ich bin da. Und... Und angedockt, Erik. Auf der ISS. Wuhu! Hey. Und wie war ich? Es war nicht ganz schlecht. Also, deine Position war perfekt. Ja, das Kreuz war in der Mitte. Absolut. Aber es gibt noch ein großes Problem. Deine Geschwindigkeit. Du warst doppelt so schnell wie erlaubt. Das würde der ISS einen Stoß versetzen. Um sowas zu vermeiden, trainieren die Astronauten ja hier bei euch. Wie lange denn? Allein das Training hier dauert hunderte Stunden. Das ist natürlich auch nötig, denn das gehört einfach dazu, wenn ein Astronaut ins All fliegen will, um den Flug dann auch zu bestehen. Und genau auf diesen Flug freut sich Alexander Gerst schon sein Leben lang. 30 Kilometer von Moskau entfernt liegt das Sternenstädtchen. Einer der Trainingsorte für Alexander Gerst. Von meinem Weltraum zu fliegen und eben diese Perspektive aufzunehmen und zurückzubringen auf die Erde. Und mir war von Anfang an klar, dass das natürlich mit Einschränkungen verbunden ist. Die russische Raumkapsel Soyuz ist für die Besatzung die einzige Transportmöglichkeit zwischen Erde und ISS. Neben dem Computersimulator, in dem ich gerade war, gibt es auch einen originalgetreuen Nachbau der ganzen Kapsel. Der steht heute auf dem Trainingsplan für Alexander und seine Kollegen. Alles findet auf Russisch statt. Alexander musste die Sprache extra dafür lernen. In der engen Kapsel werden Flugmanöver und Notfälle geübt. Sollte zum Beispiel ein Stück Weltraumschrott die ISS beschädigen oder ein Feuer auf der Station ausbrechen, dann müssten die Astronauten sofort in die Soyuz-Kapsel, um zu flüchten. Aus dem Kontrollraum erhalten sie Kommandos. Sechs Stunden Training sind um. In uns steigt auch eine ungetestete Rakete. Wir haben für alles einen Plan B, einen Plan C. Es gibt Prozeduren für alle möglichen Notfälle und wir simulieren das auch während unseres gesamten Trainings von A bis Z durch. Und so erreicht man natürlich, dass man möglichst in jeder Zeit in der Mission her der Lage ist. Die extremste körperliche Belastung wird Alexander jetzt durchmachen. Er nimmt's scheinbar gelassen. Die größte Zentrifuge der Welt. Die Astronauten werden hier der bis zu neunfachen Erdanziehungskraft ausgesetzt. Bis zu 9G treten auf, falls Astronauten mit der Soyuz-Kapsel zur Erde flüchten müssen. Ein Ärzteteam kontrolliert alles. Alexander hat auch diese Belastung überstanden. Und er ist bereit für Baikonur. 1961 startete Yuri Gagarin von hier als erster Mensch ins Weltall. Alexander Gerst verbringt hier die letzten drei Wochen vor seinem Start. Tradition wird in Baikonur großgeschrieben. Seit Gagarin pflanzt jede Crew einen Baum in der Kosmonautenallee. Die letzten Tage vor dem Start werden die Astronauten an Schwindel gewöhnt. Und auch daran, dass anfangs im All viel Blut in den Kopf steigt. Dann ist es soweit. Zwei Tage vor dem Start. Die Rakete, die Alexander und seine Kollegen ins All bringt, wird am Startplatz aufgerichtet. 50 Meter lang, 300 Tonnen schwer. In der Nacht des Abflugs werden die Raumanzüge noch einmal auf Flex überprüft. Dann nehmen die drei Astronauten Abschied. Alexander Gerst, der Russe Maxim Surayev und der Amerikaner Reed Wiseman. Drei Stunden dauern jetzt noch die Startvorbereitungen. Dann um kurz vor zwei hebt die Rakete ab. Nur knapp sechs Stunden dauert der Flug zur Internationalen Raumstation. Noch bis vor kurzem waren es 48 Stunden. Doch die Computer berechnen die Flugbahn inzwischen genauer. Wir haben eine gute Bildung. Das Andock-Manöver beginnt. Nach exakt fünf Stunden und 44 Minuten ist es geschafft. Alexander Gerst und seine beiden Crewmitglieder werden an Bord der ISS begrüßt. Die Station rast mit 28.000 kmh um die Erde. Für Alexander erfüllt sich ein Lebenstraum. 16 Sonnenauf- und Sonnenuntergänge erlebt er hier jeden Tag. Es dauert ein paar Wochen, bis er sich an die Schwerelosigkeit gewöhnt. Sechs Monate wird dies nun seine Heimat sein. Ein riesiges Forschungslabor, das seit dem Jahr 2000 ständig gebund ist. Das ist Alexanders Schlafkohle, so groß wie eine Duschkabine. Die wissenschaftlichen Experimente drehen sich viel um die Gesundheit der Astronauten. Denn die Schwerelosigkeit sieht leicht aus. Für den Körper ist sie aber eine Extremsituation. Wir schauen uns zum Beispiel hier oben im Weltraum an, wie unser Körper auf die Schwerelosigkeit reagiert. Weil wir den ganzen Tag unsere Knochen und Muskeln eigentlich fast nicht benutzen, möchte unser Körper genau diese Muskeln und Knochen abbauen. Das ist ein bisschen so ähnlich wie auf der Erde, wenn Leute Krankheiten haben wie Knochenschwund und Muskelschwund. Und dadurch, dass wir das hier oben in der Schwerelosigkeit untersuchen können, können wir dann später diesen Leuten, die solche Krankheiten auf der Erde haben, helfen. Damit die Astronauten während ihres Aufenthalts im All keinen Knochen- und Muskelschwund haben, trainieren sie jeden Tag zwei Stunden lang. Da ja auch Gewichte im All schwerelos wären, ist dafür eine spezielle Hydraulik mit Sprungfedern nötig. Auch den Alltag in der Schwerelosigkeit muss Alexander neu lernen. Er befestigt alles mit Kreppbändern, sodass nichts wegfliegt. Das Wasser für die Rasur kommt aus einem Beutel. Durch die Oberflächenspannung klebt es auf Alexanders Gesicht wie dickes Gelee. Sein Arbeitstag an Bord dauert zehn bis zwölf Stunden. Alexander wird 160 Experimente durchführen. Hier macht Alexander ein Feuerexperiment. Das Ziel, bessere Brandbekämpfung im All, aber auch auf der Erde. Und er erforscht auch Metalle. Wir können hier flüssige Metalle vermischen, die sich sonst auf der Erde nicht vermischen lassen wollen. Und dadurch können wir neue Materialien erfinden und untersuchen. Und diese neuen Materialien, die können wir dann vielleicht irgendwann auf der Erde für neue Automotoren verwenden oder Flugzeugtriebwerke und somit Treibstoff sparen auf der Erde. In der Raumstation, wo es keinen oben und unten gibt, befindet sich der Schrank für die Essensvorräte auch schon mal in der Decke. Astronautennahrung ist mittlerweile besser als ihr Ruf. Bei der NASA gibt es ein eigenes Hightech-Labor, wo Wissenschaftler die Mahlzeiten zusammenstellen. Alexander Gerst kann sogar Spätzle essen. Anfang Oktober folgt der Höhepunkt der Mission. Reed Wiseman und Alexander Gerst sollen frei im All arbeiten. Immer wieder kontrollieren sie ihre Anzüge. An einem Roboterarm führt Alexander eine defekte Kühlpumpe. Außerdem installieren die Astronauten ein Elektroaggregat. Sechs Stunden frei im All. Alles läuft gut. Wir Menschen sind eine Spezies von Entdeckern. Sie erkennt nicht das Gefühl, am Meer zu stehen und auf dem Horizont rauszuschauen und sich zu fragen, was ist dahinter. Früher sind die Leute deshalb in den Volk gestiegen und losgefahren. Heute weiß man im Prinzip, was hinter dem Horizont ist. Wir haben jetzt eben neue Grenzen, die wir zu entdecken haben, weil wir eine neugierige Spezies sind. Und deshalb machen wir Aufwand. Sechs Monate war die ISS sein Zuhause. Inzwischen ist Alexander wohlbehalten auf die Erde zurückgekehrt. Durch Übung, Disziplin und jahrelange Ausbildung hat es Alexander Gerst geschafft, dort hinzureisen, wo eigentlich kein Mensch überleben kann. Er hat sich seinen Traum erfüllt. Wenn ihr wissen wollt, wann auf der ISS Putztag ist, dann klickt euch auf www.zdftv.de. Da haben wir Infos zur Station für euch und ein Weltraumquiz. Klickt euch durch. Und denkt dran, pur plus macht schlau. Bis dann. Ciao, ciao. Ey Gilbert, was soll denn der Quatsch schon wieder? Von wegen Quatsch. Ich bin mitten im Astronautentraining. Ich will als erster Bär überhaupt ins Weltall fliegen. Ja, nee, ist klar. Naja, wenigstens wärst du dann in guter Gesellschaft. Astronauten sind schon merkwürdige Typen. Menschen, die ihren Beruf nicht loslassen können. Heute Astronaut. Ground Control, dann bitte erlauben es zum Ansocken. Mensch, Gülle, kannst du nicht wie jeder normale Mensch einparken? Nimmungserhaltungssysteme, check. Sauerstoff, check. Gülle, du sollst doch nur den Müll rausbringen. Das ist ein kleiner Schritt für einen Mann, aber ein großer für dich. Oh Mensch, Güna, kannst du nicht wie jeder normale Mensch auf dem Auto aussteigen? Ganz wichtig für Bären im Weltall, das Astronauten-Special-Survival-Kit. Tada. Gibt es auch sowas wie ein Spezial-Gehirn-Kit? Du bist so kindisch. Und wenn schon, das sagen viele auch vom Darth. Aber der macht auch gerade ein Astronautentraining. Damit du mal weißt, was Sache ist. Darth Vader. Privat. Der Imperator will, dass Sie einen Astronauten-Fitness-Test absolvieren. Ähm, das hat er so gesagt. Ich kann es nicht ändern. Pah, der Imperator will. Ich bin topfit. Mh, zwei, drei, vier. Und runter. Und hoch. Ja, haha. Tada. Leicht wie eine Feder. Hervorragend, Herr Vader. Eigentlich müssten Sie unsere Test-Zentrifuge mit 100.000 Umdrehungen locker packen, aber... Äh, aber? Leider ist die uns kaputt gegangen. Deswegen müssen wir improvisieren. Was zum Geier hat das mit einem Astronautentest zu tun? Ah, na, da musste ich erst die halbe Belegschaft schmieren, wenn du auf den Schwebebalken gehst. Aber Mutter, warum? Damit du jetzt keine Ausreden mehr hast und bei der Schwanensee-Aufführung im Altenheim mittanzen musst. Deshalb! Schwanensee? Oh, nein! Ha, ha, ha! Hochmut kommt vor dem Fall. Houston, hier ist es sehr, sehr kalt. Aber ich stehe kurz vor dem ersten Kontakt. Erster Kontakt? Du spinnst doch. Du stehst bloß in einer Kühlbox. Baxi, das gehört zur letzten Stufe des Trainings. Kontakt mit außerirdischen Bewohnern eines Eisplaneten simulieren. Den Spaghetti-Eis-Aliens. Ich komme in Frieden. Naja, fast. Boah, Kühlbox. Kann dich nicht jemand mal auf dem Flohmarkt verkaufen?